Gib ihn auf! Der Gibi hat Gold, holt er! Octane, Shield broke! Low, 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 low! Minus 60 HP! Yes! Nice! Heflamm bei mir! Shield broke, Shield broke! Ja, jetzt ist weg! Uff! Nice! Heflamm bei mir! Heflamm bei mir! Rave knock! Heflamm bei mir! Heflamm bei mir! Heflamm bei mir! Robo kommt hochgeklettert! Robo, Shield broke! Knock! Und, war noch einer? Shield broke! Weg! Alle weg! Sehr schön! Wir brauchen keinen Sound! Aber mit Synapse war es ja ein bisschen besser! Ah, es wird auf ihn geaimt, dann sitzt hier oben irgendwo einer! Wenn ich jetzt aber zum Beispiel bei den Lautsprecherdingern, ähm, hast du ja einmal die Option Eigenschaften, und zwar Verbesserungen, ja? Wenn du alle deaktivierst, hast du einen scheiß Klang! Ach, da drüben beim Lautsprecher! Bei mir! Shield broke! Der ist mega low, der Löscher! Ja! Ja! Der hätte erstmal die Pique in die Fresse bekommen! Die springen runter! Oh, was! Ich komm hoch! Die ist low! Geht wieder rum! Nice! Ich komm auf dich gesprungen! Bam! Der ist ein Kripto drungen! Wieso tot? Oh, Granate! Jetzt kommen alle an der Zip-Bine hoch! Vor uns, vor uns, vor uns, ja! Back da, Jungs! Ich will der gerade noch ganz gut schieben! Tag! Lock! Dicke, ich hab gar keinen Movement! Nein! Alle unten! Bang! Lock! Nice! Ja! Ich finische ihn! Oh, nein! Warte, jetzt! Du hast es die ganze Zeit verhindert, Digger! Hat der Gold hier, oder was? Ich krass da aus, Mann! Ich hab kein Movement mit dieser Tastatur! Ich weiß nicht, welche Knüfte ich drücke, Alter! Ich steh da! Ich steh da! Ich will mich heilen! Ich steh da! Ich steh da! Hallo! Oh, Bruder! Oh, du Armer! Nee, ernst! Ich steh da! Hallo? Oh, du bist der Vollschick-Knapp! Ja, cool! Ja, 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 ja! Ey! Ich krieg's kotzen, Alter! Nimm, nimm... Scheiße, Mann! Nimm die anderen Tasten raus, oder so! Boah! Hab' ich! Das ist das Problem! Das hilft nicht! Oh, fuck! Es hilft ihm einfach nicht! So! Ja, ich hab' wieder die halbe Nachbarschaft hier bei mir! Ja, ich weiß gar nicht, die sind gleich zu dir rüber, ne? Ne, ich weiß nicht, alle gelandet! What's not? Nice! Wo kommt der denn her?! Das ist nämlich genau mein Problem gewesen! Der muss auf dem Dach gewesen sein! Ich hab' nicht gehört! Ne, der ist hier durch die Tür gegangen! Der stand plötzlich neben mir, Alter! Aber irgendwo muss da auch ein Kostik von dem sein! Hier! Hab' ihn! So! Kitago, stell dir vor, du spielst gegen einen Computer, der Fakt-Ammen kann! Da es von einem Programm gesteuert wird, so ist Aim-Board! Ja, du hast keine Chance! Also ganz selten! Ja! Ich glaub' ich geh' hinten rum! Ich geh' von oben! Ja! Leiter noch! I won't find out, the best of the way can get! die eltern können nichts dafür und was kann ich dafür das ist mir doch scheiß egal was kann ich denn dafür warum soll ich jedes mal rücksicht auf andere nehmen die wir den tag verderben wollen leute und wer sowas macht ich weiß nicht müssen die eltern auch ein bisschen schuld dran haben weil ich habe noch nie geschieht jedenfalls nicht in einem online game ich habe mir in gta und endlich gta dollar oder sowas hat niemand unterleiten müssen der das ganze beruflich macht bei sims habe ich früher marco polo eingegeben um alles geld zu haben oder sowas aber nie in einem online game gegen andere leute um dann noch vielleicht zu t backen oder sonstwas und mir dann einzureden ich wäre so gut oder sowas ist hier ist das revenue slow und ich krieg gleich auf den platz ich höre bei mir close irgendwo der hier hatte gold schalandra ist leider immer so die leute warten nur drauf so jungs wenn ihr wenn ihr hier reinkommt ich stelle fix eine drohne spart euch das mach du bist noch weit weg ich spiel gerade ne ich hab heals ich hab geholfen das spiel packt mich gerade einfach nicht so die mutter ich glaube die sind hier unten irgendwo genau das gleiche scheiße ist wie letztes hier eigentlich müssten hier close irgendwo gegner sein ich schätze sie sind beim main building oder auch nicht ok einer ist jetzt hier oben nicht so die spiel nicht so die spiel ein hit nice ein hit nimm 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 mehr stets nimm 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 Was ist das? Ah dahinten Oben drauf? Nein nein die sind gerade zip hoch Hier unten hier unten Is low shield purple Die lifeline Shield broke Minus 30 Probable so I know I can GG's You are the Apex Champion team That's fun I'll see you later I got a look up I got a look up I got a look up looking at how I got a look up